Hallo Mike Oppelt, mein Name ist Andreas Kranz und ich bearbeite heute mal Dein Bild nach. Ja, hallo Mike, vielen Dank, dass ich mich hier an Deinem Bild versuchen darf. Du hast das Foto in der Facebook-Gruppe Fotografie gepostet. Ich habe direkt gesagt, das gefällt mir richtig gut. Was mir nicht gefällt und Du wolltest Tipps haben, ist, dass mir das Bild zu hell wirkte. Wirkt ein bisschen flau, man vermisst so ein bisschen die Nachtstimmung in dem Bild. Die kommt zwar hier unten wunderbar rüber, aber der Himmel ist durch Deine lange Belichtungszeit von 294 Sekunden sehr, sehr hell geworden. Es ist so ein bisschen Abenddämmerung und kein Feuerwerk findet in der Abenddämmerung statt. Das passte für mich nicht richtig. Ich bin dann hingegangen und habe Dein Bild genommen, ein wenig nachbearbeitet, den Himmel dunkler gemacht und habe es frech wie ich bin dir nochmal zugepostet in der Gruppe. Das macht man eigentlich nicht, aber Du hast gesagt, das ist okay. Und ja, hast auch gesagt, dass Du nicht so fit in der Nachbearbeitung wärst. Ich habe mich dann angeboten, dieses kleine Tutorial für Dich zu machen. Ich mache das sehr gerne. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier noch rausholen können. Mir ist aufgefallen, dass Du Dein Bild mit ISO 640 gemacht hast. Wenn wir hier mal reinzoomen, haben wir hier schon relativ ordentliches Rauschen. Das geht noch, hält sich noch in Grenzen. Aber ich glaube, wenn Du so lange belichtest, 294 Sekunden, kannst Du da ohne weiteres mit ISO 100 arbeiten. Dann wäre der Himmel sicherlich auch etwas dunklerer und das Bild etwas stimmungsvoller. Mein Tipp beim nächsten Mal, versuch mal Langzeitbelichtungen mit ISO 100 zu machen. Das funktioniert. Ich habe es auch gemacht und Du hast fast kein Bildrauschen mehr und hast noch mehr Schärfe in den einzelnen Bildbereichen. Was ist mir noch aufgefallen? Blende 20, geschlossene Blende. Das gefällt mir unheimlich gut. Hier unten sieht man das an dieser Lampe. Du hast diese sternförmigen Lichter. Das finde ich ganz hervorragend. Hier haben wir sie auch und auch hier unten in dem Ort haben wir überall die Lichter sternförmig. Das kommt durch die geschlossene Blende. Finde ich passt ganz hervorragend. Also da alles richtig gemacht. Wir gehen mal in Lightroom hier in das Entwicklmodul. Wenn wir da reingehen, haben wir hier auf der rechten Seite alle möglichen Einstellungen, die uns bei der Entwicklung unseres Bildes helfen. Das ist übrigens das gleiche wie auch in Camera Raw, dem Zusatzmodul zu Photoshop. Du kannst also nicht nur in Lightroom arbeiten, sondern auch in Camera Raw. Du hast das Foto als JPEG geschossen. Das ist, wenn du nicht nachbearbeitest, völlig in Ordnung. Wenn dir die Nachbearbeitung liegt und du irgendwann mal Spaß dran hast, mach solche Fotos unbedingt in Raw. Denn in Raw haben wir mehr Möglichkeiten, hier solche ausgebrannten Stellen nachher noch zu retten. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Wir schauen uns mal das Histogramm an und sehen, dass wir hier viele Bereiche in den Mitteltönen haben. Auch die dunklen Töne sind vertreten im Bild. Dann kommt lange, lange nichts. Und hier oben haben wir spitze ausgebrannte Lichter. Ganz klar, wo die liegen, wenn du hier oben über dieses Dreieck gehst, siehst du sehr schön die roten Bereiche, die jetzt erscheinen. Da ist nur noch weiß im Bild, nichts anderes mehr. Das ist ausgebrannt. Das liegt an der langen Belichtungszeit. Ein Mädel, ich muss mal schauen, ich finde sie jetzt nicht, hat geschrieben, dass sie es anders gemacht hat bei Feuerwerkfotografie. Sie hat kürzer belichtet und hat nachher das Feuerwerk montiert. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Dann hast du nicht diese Ausbrennungen hier im Feuerwerk. Es ist aber auch mehr Arbeit. Ich persönlich, ich weiß nicht, ich finde das schon ganz okay. Durch die 294 Sekunden hast du natürlich hier die komplette Bereitseite an Feuerwerk erfassen können. Ist, glaube ich, ein bisschen was für Fortgeschrittene. Ich kann mir aber vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ja, dein Originalbild war bereits beschnitten. Ich versuche das mal hier mit dem Freistellungswerkzeug, was sich hier befindet, etwas nachzuempfinden. Bei dir sah das Bild ungefähr, ich mache nochmal, Moment. Jetzt habe ich, jetzt habe ich, ich muss nochmal zurücksetzen. Augenblick. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich muss das Schloss hier zumachen. Du hast das Bild, glaube ich, proportional beschnitten. Deshalb hier das Schloss zu. Wenn ich das jetzt hier kleiner mache, haben wir es auch proportional. Und ich denke, dein Bild sah ungefähr, ja, hier links war auch noch was weg, ungefähr so aus. Der Bildschnitt, den habe ich auch ein bisschen bemängelt. Ich finde es sehr schade, dass jetzt hier unten nur noch die schneeweiß bedeckten Dächer zu sehen sind. Wenn wir uns das vorher mal angucken, mit den Häusern wirkte das eigentlich ganz toll. Ich weiß aber, warum du beschnitten hast. Du hast hier rechts kein Feuerwerk und das wirkt natürlich nicht. Also, wenn du das Bild beschneidest und jetzt mache ich das Schloss von eben wieder auf, dann mach das ruhig in ein Panorama-Format. Das wirkt, glaube ich, hier ganz hervorragend. Da gehen wir über die Dächer, ziehen auch noch den Himmel etwas runter. Ich würde sagen, so in etwa. Und ja, damit haben wir, glaube ich, einen Bildschnitt, der besser ist. Hier unten diese Hausdächer sind weg, die stören dann doch. Insgesamt muss man sagen, du hast jetzt unglaublich viele Pixel verloren. Du hast vielleicht nur noch ein Drittel deiner Pixel. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch deine Kamera auflöst. 16 oder 20 oder 24 Megapixel. Davon nur noch ein Drittel. Das ist nicht sehr viel. Für einen Ausdruck in DIN A3 oder DIN A2, da wird es schon wirklich eng. Vielleicht beim nächsten Mal darauf achten, dass du, wenn du fotografierst, vielleicht von hier links bis ungefähr hier, deinen Bildausschnitt wählst, dann noch oben und unten wegschneidest. Dann hast du ein paar mehr Pixel zur Verfügung und hast nachher auch mehr Schärfe im Ausdruck. Was mir noch aufgefallen ist, ich zeige das nochmal komplett. Ich habe persönlich, aber das kann auch nur so ein Gefühl sein, persönlich das Gefühl, dass uns das hier irgendwie ein bisschen kippt. Der Horizont. Vielleicht können wir das Bild ganz leicht drehen. Ich würde es eher in die Richtung drehen und habe persönlich das Gefühl, dass es hier irgendwie gerade aussieht. Das muss aber nicht sein. Um Himmels Willen, kein Dogma. Ist nur so ein Gefühlchen für mich und ich habe es jetzt auch schön gemacht. Ja, für mich schön gemacht. Was jetzt direkt auffällt, ist, dass das Bild flau ist. Das wirkt, ja, schon traurig in den Farben. Wir müssen hier mal in die Grundeinstellungen gehen und versuchen nun, mehr Kontrast ins Bild zu bekommen. Das Erste, was ich hier machen würde, wäre mal den Lichterregler ganz nach links zu schieben, um hier mehr Zeichnung im Feuerwerk zu bekommen. Aber du siehst, die Stellen hier, die bleiben trotzdem ausgebrannt. Wir haben zwar kein rein weiß mehr. Das sieht man hier oben an den Dreiecken, die uns das Clipping anzeigen. Aber trotzdem, hier ist natürlich nicht mehr viel zu retten. Das heißt, ich versuche jetzt, den Lichterregler so einzustellen, dass wir da, wo es möglich ist, noch Zeichnung haben, aber ihn auch nicht so weit rüber zu schieben, dass wir hier in den Lichtern quasi nichts mehr über haben. Den Regler können wir dann gegensteuern mit dem Weißregler. Umgekehrt ist es mit den Tiefen. Die Tiefen würde ich nochmal deutlich nach links ziehen. Das bringt uns mehr Kontrast. Normalerweise bin ich ein Freund davon, die Tiefen eher aufzuziehen, um hier Zeichnung zu gewinnen. Aber du siehst, da ist nicht wirklich Zeichnung. Das sieht eher so komisch verwaschen aus, das Ganze. Und es passt zu einem Abendbild sicher besser, wenn wir hier mit den Tiefen runtergehen. Und mit dem Schwarzregler regele ich dann so weit nach, bis dass es mir ja fast klippt, aber ich hier den kompletten Tonwertumfang in etwa ausgenutzt habe. Ich schaue mal nach dem Weiß. Da können wir auch noch ein bisschen hochgehen. So in etwa sollte das in Ordnung sein. Was uns jetzt Kontrast ins Bild reinbringt, ist der Klarheitregler. Den schieben wir mal einen Schluck nach rechts. Und du siehst direkt, wie sich der Kontrast hier im Feuerwerk nochmal erhöht. Die Klarheit erhöht sich. Hier oben gibt es auch noch einen Kontrastregler. Der heißt Kontrast. Der sollte eigentlich heißen, lass die Finger davon. Wenn wir hier den Kontrast erhöhen, dann matschen wir uns in den Tiefen alles zu. Wir bekommen natürlich mehr Kontrast, aber auch die Farbe wird hier angehoben. Das wirkt sehr unnatürlich. Also ein Doppelklick auf diesen Kontrastregler. Und wir haben mit der Klarheit einen besseren Regler, um den Kontrast zu regeln. Dabei gehen uns ein bisschen die Farben verloren. Dafür gibt es den Dynamikregler. Der regelt uns wieder Farbe rein ins Bild. Und wir sehen jetzt schon, welche wunderbare Farbstimmung das Bild nach und nach erhält. Wir haben ein schönes, buntes Feuerwerk. Haben hier diese Beleuchtung im Ort. Das sieht ganz hervorragend aus. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen komisch ist, so finde ich zumindest, ist der helle, überstrahlte Himmel. Ja, Himmel, den müssen wir uns mal anschauen. Vor allem das hier, das sieht aus wie ein kleines UFO, ist wohl ein Feuerwerkskörper, der sich da oben verirrt hat. Ich denke, das Kerlchen sollten wir wegmachen. Da gibt es in Lightroom den Bereich Reparaturpinsel. Der ist nicht ganz so doll wie in Photoshop, aber in Photoshop wird die Größe des Reglers mit der rechten Maustaste geregelt. Deshalb habe ich jetzt hier durcheinander gehabt. Hier ist es das Mausrad. Mit dem Mausrad kannst du den größer oder kleiner ziehen. Und wir ziehen uns hier einmal über diese Stelle. Es wird dir ein Bereich vorgeschlagen, mit dem du die Stelle ersetzen kannst. Und mit einem Klick hier unten auf Fertig ist deine Störung beseitigt. Es gibt auch noch eine zweite Störung. Das ist hier scheinbar dieser Raketennebel, der hier hochgeht. Der sieht auch wirklich dämlich aus. Gleiches Spiel. Pinselgröße ein bisschen anpassen. Dann nehmen wir uns erstmal den Bereich. Stempel den aus. Dann nehmen wir uns hier diese Wolke, stempeln die uns aus. Und am Schluss gehen wir bis runter an den Berg. Schauen, ob wir auch da eine vernünftige Ersatzstelle finden. Ja. Und damit sind unsere Störungen schon mal ganz gut beseitigt. Nein, hier rechts haben wir auch noch eine. Also auch noch schnell der Bereich Reparaturpinsel. Und fertig ist unser Himmel. Was wir aber gerade gesehen haben im Himmel, das ist Rauschen. Und das Rauschen haben wir natürlich nochmal verstärkt, indem wir jetzt hier die Kontraste nachgeregelt haben. Wie gesagt, mein Tipp ISO 100 beim nächsten Mal. Dann haben wir da deutlich weniger Probleme. Das Rauschen bekommen wir in den Details weg. Hier unten finden wir die Details. Da ist das Schärfen und die Rauschreduzierung. Wir fangen mal mit dem Farbrauschen an. Den Regler ziehe ich einfach etwas nach oben. Viel Farbrauschen haben wir nicht im Bild. Interessanter ist da das Luminanzrauschen. Und das Luminanzrauschen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehe mal auf 100%. Und jetzt sieht unser Bild komplett geglättet aus. Wir haben keine scharfen Kanten mehr. Also das Rauschen reduzieren funktioniert eigentlich genau umgekehrt wie das Schärfen. Ein bisschen kontraproduktiv. Deshalb müssen wir mit diesem Regler etwas vorsichtig umgehen. Wobei du Glück hast. In diesem Bild ist es nicht ganz so dramatisch. Bei einem Porträt oder bei der People-Fotografie wirkt sich das natürlich schon viel dramatischer aus. Da hast du keine Haare mehr. Da hast du nur noch hier solche dicken Strähnen. Und zumindest die Haut ist dann glatt. Aber der Kontrast ist natürlich dann auch weg. Beziehungsweise die Schärfe ist dann auch weg. Die Details ziehe ich hier bei dir im Bild hoch. Man muss damit auch normalerweise etwas aufpassen. Weil wenn du die Details hochziehst, entstehen hier gerne weiße Ränder. Aber in deinem Bild haben wir keine Probleme. Und jetzt fahre ich mit dem Luminanzregler vorsichtig zurück. Bis ich mit dem Rauschen zufrieden bin. Lass mal schauen. Jetzt hakelt der PC. Ja, ab und zu will er nicht. Ich habe hier im Hintergrund noch einiges laufen. Man sieht jetzt schon ganz gut. Mit dem Rauschen können wir leben. Und das Bild, ja, bei diesem Bild funktioniert es in der Tat recht gut. Die Details sind auch weitgehend erhalten. Knackescharf ist es hier hinten nicht. Aber ich denke, diese malerische Wirkung verzeiht die starke Rauschreduzierung. Ja, Rauschen haben wir reduziert. Und ich muss sagen, so gefällt mir das Bild schon mal richtig, richtig gut. Man könnte nochmal in die Farben schauen. Hier gibt es den Regler HSL Farbe Schwarz-Weiß. Bei Schwarz-Weiß wird dein Bild, ja, Schwarz-Weiß. Bei den Farbe- und HSL-Reglern hast du die Möglichkeit, Farbton, Sättigung und Luminanz für einzelne Farbbereiche nachzuregeln. Und da kann man durchaus mal probieren, ob man da noch was rausholen kann. Wenn wir mal hier jetzt reingehen und nehmen uns mal diese rote Farbe vor, dann könnte man sagen, wenn wir die etwas dunkler machen, bekommen wir sie auch kräftiger. Also gehen wir hier auf Luminanz. Du kannst jetzt entweder den Rotregler nach links verschieben. Du darfst das nicht übertreiben, weil hier dann entsprechend die Flächen ausbrennen. Aber so einen kleinen Schluck links verträgt das vielleicht. Also was heißt links? Einen kleinen Schluck dunkler verträgt das Rot vielleicht. Einfacher ist es, wenn du hier auf diese Anfasser gehst. Du kannst hier mit der linken Maustaste draufklicken. Gehst in einen speziellen Farbbereich deiner Wahl und ziehst dann mit der Maus nach unten für dunkler und nach oben für heller. Wenn wir das Ganze ein wenig dunkler ziehen, reduzieren wir auch noch ein bisschen dieses ausgebrannte. Ich kann ja mal versuchen, was passiert, wenn ich da drauf gehe. Nichts. Also hier ist wirklich weiß, da ist keine Farbe. Da erreichen wir dann auch mit den entsprechenden Farbreglern nichts mehr. Also so könnten wir uns mal durchs Bild arbeiten. Hier finde ich übrigens total witzig, dass wir hier hinten in dem Bereich gelbliche Straßenlampenfarben haben. Hier vorne scheint mir eher ein weißliches Licht zu sein. Das bricht ein bisschen ins Grüne ab. Den Weißabgleich, den sparen wir uns hier bei diesem Bild. Ich finde es einfach toll. Das passt ganz hervorragend. Wenn ich hier mal rauszoome, hier vorne dieser grünliche Bereich, dieser gelbliche dahinter, umrahmt von diesem bunten Feuerwerk. Das ist schon ganz witzig. Ich schaue jetzt nochmal, ob wir in den einzelnen Luminanzen was machen können. Wir können aber auch die Sättigung einzelner Farben erhöhen mit dem entsprechenden Regler. Du musst nur aufpassen, das wirkt sich immer aufs komplette Bild aus. Mit einem Klick hier unten auf Fertig, klickst du das Werkzeug wieder ab. Und so könnte man hier noch einzelne Farben nachbearbeiten. Spannend könnte es werden, den Blaubereich hier mal anzupacken in der Luminanz, bevor wir uns an den Himmel geben. Ich gehe jetzt mal hier auf den Himmel und ziehe den dunkler. Und das hat schon einen ganz guten Erfolg, wie ich finde. Wir ziehen natürlich alle Blauwerte auch hier unten rechts im Schnee etwas dunkler. Aber der Schnee ist hell genug, dass er noch als Schnee vernünftig zu erkennen ist. Und man könnte mal versuchen, ob man auch mit der Sättigung noch was nachregeln kann. Und ich denke, das ist schon ein ganz guter Weg, um den Himmel hier oben etwas dunkler zu bekommen. Schauen wir noch mal nach dem Farbton. Mir wird das Ganze jetzt ein bisschen lila stichig. Da müssen wir sehr vorsichtig das Ganze anpacken. Aber ich denke, so sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, jetzt haben wir noch den Himmel, der mir ja immer noch zu hell ist. Die hellsten Stellen sind sicherlich hier diese Feuerwerksstellen. Daran können wir nichts mehr machen. Aber wir können dem Ganzen einen Rahmen geben, in dem wir den Himmel etwas dunkler machen. Und was ich ja gemacht habe und was auch völlig zu Recht von David hieß er, glaube ich, David Sass kritisiert wurde, war, dass ich hingegangen bin. Ich habe mir hier ein Verlaufswerkzeug geschnappt. Das findest du hier oben in der Werkzeugleiste. Habe das dann hier ungefähr angesetzt. Mit der Shift-Taste kannst du es gerade nach unten ziehen und bin dann eigentlich nur mit der Belichtung nach unten gegangen. Ungefähr das habe ich gemacht. Und David hat zu Recht kritisiert, das sieht jetzt hier oben komisch aus, dein Feuerwerk, ich glaube, ich hatte es sogar noch weiter unten, dein Feuerwerk hier unten wird auch schon dunkler. Die Berge zeichnen sich nicht mehr ab. Das ist nicht besonders schön. David, da muss ich dir völlig recht geben. Das ist nicht besonders schön. Und wir versuchen mal, das Ganze etwas zaghafter hinzubekommen. Hupser, da habe ich den falschen Button gedrückt. Hier haben wir den Verlaufsfilter. Und ich ziehe den jetzt mal von hier oben relativ weit und großzügig nach unten. Und wir versuchen jetzt mal hier die Belichtung nach unten zu nehmen. Vielleicht gar nicht so stark, wie ich es in meinem geposteten Bild gemacht habe. Umgekehrt versuchen wir aber hier die Lichter etwas zu retten. Die schieben wir nochmal nach oben. Und wir haben jetzt fast so eine Art Vignettierung von oben. Die Klarheit ziehe ich mal raus. Also Klarheit rein, Klarheit raus. Dadurch wird der Himmel etwas weicher oben. Und die Tiefen ziehe ich noch weiter runter. So in etwa. Das müssen wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Aber ich denke, so sieht das vielleicht schon gar nicht so schlecht aus. Also wir haben hier oben einen dunkleren Himmel. Haben immer noch eine helle Abgrenzung zu den Bergen. So ganz glücklich bin ich irgendwie noch nicht. Wir schauen nochmal, ob wir einen zweiten Filter uns aufziehen können. Entschuldigung, da müssen wir hier auf Neu gehen. Haben jetzt die Chance uns einen zweiten Filter zu öffnen. Den setze ich aber weiter oben an. Ziehe hier nochmal die Belichtung weiter runter. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Schwarze gerät. Das ist zwar der Nachthimmel, den wir brauchen. Aber durch diese verschiedenen hohen Berganteile hier wird es sehr, sehr schwer mit dem normalen Verlaufsfilter da etwas hinzubekommen. Ja, jetzt geht die Probiererei los. Da habe ich die Backen dick gemacht, um gesagt, wir müssen den Himmel dunkler bekommen. Und ich will ja auch versuchen, in Lightroom zu bleiben. Denn du als Anfänger in der Bildbearbeitung wirst es in Photoshop sehr schwer haben. Wir können nochmal probieren, mit dem Radialfilter zu arbeiten. Der sitzt hier daneben. Dieser Radialfilter, den können wir als Ellipse aufziehen, auch verschieben, auch drehen, wenn wir hier außen anpacken. Und da können wir versuchen, diesen Bereich hier noch etwas abzudunkeln. Probieren wir mal. Ich gehe mit der Belichtung nach unten. Du siehst, dass das gesamte Bild hier dunkler wird. Du musst hier unten die Maske umkehren. Dann bezieht sich das eher auf diesen Bereich. Und ja, mir ist die linke Ecke hier zu hell. Ich muss mal schauen, wie wir das hier etwas besser geregelt bekommen. Vielleicht so. Ja, so in etwa. Es ist noch nicht ganz optimal. Aber wir kommen der Sache langsam näher. Ich gucke mal, wir sind jetzt hier nochmal allgemein in den Grundeinstellungen. Wenn ich jetzt hier die Belichtung noch etwas heller wieder mache, so, die Tiefen runterziehe, ich denke, dann kommen wir da schon ganz gut hin. Ja, jetzt stimmt das auch. Hier oben so ein bisschen Zeichnung im Himmel darf ja ruhig sein. Aber irgendwie muss das Bild hier oben einen Abschluss finden. Und das findet er in meinen Augen nur mit einer dunklen Farbe. Und ja, so sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ich bin relativ zufrieden. Lass mal schauen, lass mal schauen. Ja, man kann da sicher noch mehr machen. Aber ich kann jetzt nicht noch eine Viertelstunde überlegen und ausprobieren. Das Grundding sollte klar sein. Ich würde wahrscheinlich das Bild in Photoshop laden, mir eine neue Ebene machen, eine schwarze Ebene. Diese Ebene auf zum Beispiel weiches Licht setzen als Verrechnungsebene. Dann eine Maske drüber legen und dann mir mit einem ganz weichen Pinsel hier oben den Himmel, so wie ich es benötige, dunkler machen. Die Ebene oder die Verrechnungsmethode weiches Licht stellt uns sicher, dass hier die Lichter schön erhalten bleiben. Das wäre der sozusagen der fortgeschrittenen Kurs. Aber ich glaube, mit dem Bild an sich können wir jetzt schon mal sehr, sehr gut leben. Und wie gesagt, noch mal Gratulation, das Bild sieht toll aus und vielleicht gefällt es dir jetzt nachbearbeitet noch einen kleinen Schluck besser. Mein Tipp, lad dir mal die kostenlose Testversion runter, probier es einfach mal aus. Du kannst gar nicht viel verkehrt machen. Lightroom macht nichts kaputt. Wenn ich hier auf der linken Seite mal einen Schnappschuss erstelle und setze das Bild dann zurück, dann kann ich jederzeit wieder auf den Schnappschuss gehen und bin wieder in meiner fertigen Bearbeitung. Das Bild selber wird nicht zerstört. Lightroom, die ganzen Änderungen, die hier vorgenommen werden, nimmt Lightroom in seinem eigenen Katalog vor. Wie gesagt, non-destruktiv. Dein Bild wird nicht angepackt. Deshalb das ideale Programm, um auszuprobieren. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann empfehle ich euch meine Tutorial-Serie Lightroom von A bis Z. Da lernt ihr dann Lightroom wirklich von der Picke auf, von der Bibliothek über das Entwickeln bis hin zur Ausgabe. Wir sind zur Zeit im Modul Entwickeln. Also es ist spannend, glaube ich. Und ja, habe ich noch ein bisschen Werbung für mich gemacht. Aber ich denke, das ist auch ganz in Ordnung so. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik